2. Die winzigen Staubpartikel in der Luft zerstören die Hülle. Oder 3. Die Erdanziehungskraft zieht die Flüssigkeit der Seifenblase nach unten, sodass sie zerplatzt. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Ja, ich lasse es mal noch einmal gelten. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das war aber ganz, ganz an der Grenze. Ja, die Erdanziehung...